Das Hotel Lanka Ex Best Western Hotel Lanka liegt in Oslo in Norwegen. Das Hotel Lanka Ex Best Western Hotel Lanka ist beliebt unter den Gästen. 89% empfehlen das Hotel. Weiter, 49 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,6 Sonnen bewertet. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Astronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,1 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 1,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.